Bording completed. Wenig Platz. Nee, nee, ich trink keinen Kaffee. Guck mal, der Mann hat das voll geil gelernt hier in Deutschland, wo er noch bei mir war. Guck mal, mit Ablaufplan. Ey, der ist halt Profi. So sind Profis. SIM-Karten schon vorbereitet. Guck mal, sogar mit Wetterbericht, Ablaufplan für die Tage, was alles ansteht. Kinderschokolade. Wo sind Überraschungseier? Ja, wie bei uns zu Hause. Warte, wir machen jetzt mal einen Linsenvergleich. Guck mal, Achtung, der mit seiner kleinen und jetzt hier. Und? Gewonnen. Aber ich muss sagen, Marius, grüße an dich. Die Linsen hier ist ausgeliehen, ja? Von Marius. Aber für so einen Schwanzvergleich ganz gut. Wuh! So, wir haben jetzt eine kurze Pause. Und der Gabor wird euch jetzt mal zeigen, wie Antilope schmeckt. Willkommen, ja. Das hier, den Schwanz. Nimm den Schwanz. Den Penis. Du nimmst den in den Mund und ich esse das normale Fleisch. Ja. Ess mal Antilope, hopp. Kamera läuft. Voll geil. Ess. Soll ich's vorher essen? Ess doch. Soll ich's vorher essen. Und? Die Salami, oder? Das schmeckt voll gerne. Schmeckt gut, Antilope? Merkst du schon, dass du jetzt schneller rennen kannst oder so? Auf jeden Fall. Trockenwurst auch, genau. Auf jeden Fall. Jetzt geh die Post ab. Ich muss auch probieren, der ist so geil. Das ist geil. Jetzt noch Senf. Ja, so einbuchen oder so. So einbuchen oder so. Tsch. Aitja, tsch, tsch, tsch. Aitja, tsch, tsch. Aitja, tsch, tsch. Jetzt streck der mir den Arsch her. Warte, ich kack da nochmal. Hopp, lass nochmal einen raus. Hopp, Gabor, geh mal näher ran. Weitwinklig, hopp. Geh mal näher ran. Der macht nix, wirklich. Der macht... Deswegen hältst du Abstand mit deinem Teleobjektiv, ja? Ich glaube, wenn du näher rangehst. Hopp. Das ist ein schönes Porträt. Nur Gesicht so. Ja. Weitwinkel, geh. Ja, komm. Bleitwinkel vor drehen, nur Gesicht. Dann machen wir das schön im Gegenlicht hier. Schönes Haarlicht hat er. Ah, weg ist er. Mach ruhig dein Selbstporträt. Dein HDR-Selbstporträt. Das sieht geil aus, warte. Ja. Es sieht echt geil aus. Mach mal noch eins von uns drei, was man sich an Kühlsch... Ja, 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 komm mal alle her, komm mal alle her. Schnell. Willst du sagen? Ja. Hallo. Guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Wir sind noch immer hier auf Light Set, wie ihr sehen könnt. Dann die Tour geschafft, es war ziemlich anstrengend. Kevin und Gabor sind echt tapfer. Die hatten noch sicher so jeder zehn Kilo extra hinten drauf. Was ich nicht hatte, also echt ein Lob an euch zwei. Yeah. War geil. Auch ein guter Aufstieg, ja. Wie ihr sehen könnt, ja, ist echt hoch hier. Aber es ist echt eine geile Aussicht. Wenn ihr mal in Kapstadt seid, müsst ihr auf jeden Fall das mal machen. Line Set hoch. Auch wenn es nur eine halbe Strecke ist oder so. Ja, von dem Sinne her, wir laufen jetzt sicher wieder runter. Und dann sehen wir euch gleich. So, wir sind jetzt in der Wohnung von einem Freund vom Manni. Bauen jetzt gleich mal hier das Fotoset auf. Und ja, wir haben hier genügend Platz zum Fotografieren. Mannis Freund lebt in einer schönen Gegend. Sieht echt gut aus hier. Da kann man nichts sagen, oder? Hey, hier ist so heiß, das glaubt ihr nicht gerade. Bestimmt 30 Grad. Oh wow wow. Jetzt sehen wir schon welche Bildideen umgesetzt werden hier. Ich bin gespannt. Was du isst? Blutiger Affenhirn oder irgendwas? Affenhirn. Affenhirn. Ne, aber Gabor und die Soja da hinten, die schreit doch nach einer Wette. Nein. Trink sie mal. Ich habe nichts verloren. Ihr müsst mal bei YouTube googeln. Gabor und die Sojasauce. Ja, aber trocken. Hast du Bock? Nein. Magst du mal einen Wasabi haben? Nein, nein. Nicht? Wir sind hier gerade chinesisch essen, Leute. Aber die haben alle andere Bezeichnungen und die Bedienungen sind unfreundlich. Ja, voll. Scheißladen. Nein, 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 der ist okay. Manni geht hier dauernd essen, aber ist echt schon komisch heute, wenn die Deutschen da sind. Kein Benehmen. Ich bin jetzt ein bisschen schwer zu erkennen. Wir sind gerade im Auto unterwegs in so einem Safari Park. Wo ist der? In der Wuster Gegend. Wuster Gegend. Keine Ahnung, da sind wir heute auf so einer Safari Tour. Es sind zwei Stunden außerhalb von Kapstadt. Und es ist eine schöne Gegend hier. Sieht fast ein bisschen aus wie Schottland. Keine Ahnung. Ja, zwei Stunden Autofahrt und dann melden wir uns wieder. Richtig schöne Gegend hier, wo die Safari gleich startet. Komm her, du. Komm her, du. Oh oh. Ja, hau doch ab. Komm schon. Lass mich vorbei, du Vieh. Oh oh. Komm doch, komm doch. Lieber nicht. Du bist aus wie das Wasser. So. Oh. 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 Das Ding ist auch kein Boomerang, Alter. Der wirft es wie ein Boomerang. Genau. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.